nun wie soll er was geht es um die Doppelküchse am Start und Prozent hier mit dem Immokorn wieder Huxbohr und heute mal eine andere Möb Okina ja und mit sich immer ich verloren jetzt gibt es jetzt wird gerät ich bin auf dieser Möb ja ich wollte sagen ich bin Gott auf die Gold ich muss den Aufer die Chance geben den lieben Jungen also das müsste er verstehen ist ich weiß nicht was los mit mir ist ich habe so eine Loser Streak was zocken angeht glaubt ihr nicht allgemein lol ich verkacke nuuuur deswegen bin ich auch wieder Gold 2 ja? ja ich bin mit drei Games zusammen äh da wieder gespielt dreimal verkackt und dann ja ja ich bin auch auf dem Stehen naja bin fast wieder Gold 1 ich glaub schon naja ich hab 38 Punkte jetzt ich bin richtig weit abgestiegen ach da war alles geplant alles chillig also ich mein ich hab jetzt nicht gerade gezittert oder so aber oh was bitch please naja das hat nichts mit Skills zu tun das war einfach nur scheiße leck nein nein ey das gibt's doch nicht nicht 50 Sekunden in Game und das Spiel schon hast du entschieden nach 51 warst du dann hier ein Tor läuft bei mir auf jeden Fall nein nein das ist super scheiße danke für die auf da ah mein Vorlag ey ey geh fast schon wieder nein nein lass es bitte nicht wahr sein ja du spielst jetzt einfach weil du nichts zu verlieren hast so krass verrückt drückt so ich kann nur noch gewinnen ja ich sag das nicht so laut mein Freund das hab ich letztes Game auch gesagt ich hab ganz ich hab angefangen ja nach meinem Comeback auf diesem YouTube Kanal direkt wieder ein Win und direkt danach hab ich Tore kassiert so oh nein scheiß kannte ach das war nicht gut nein ich hab ne Taktik ach nö oh jawoll danke Fusten scheißbar nein geht doch weg man oh da ist er drin da ist er drin nein hehehe ah danach hab ich doch erwartet jetzt bin ich bald mal wie er vorstellt oh jawoll nice jetzt geht er weiter da rein also wo rein den Arsch macht er zu oh der Popcorn was macht er was macht er oh da lässt er jetzt offen nein ja nein vielleicht jetzt aber wie gesagt ich kann nur noch gelingen scheiße ja wie gesagt ja nein das war grad das nein Leute alles geplant Ciao, das war's.